1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Das war robotisch für Willkommen zu The Teller's Principle. Wir befinden uns im Tempel und ich habe folgenden Schluss gefasst und zwar dass ich zunächst mal darauf verzichten werde die Sterne zu jagen. Zwei Stück gibt es hier, krass. Und stattdessen erst mal nur die Puzzle machen und die Sterne aufheben fürs Ende, weil die Sterne sind die Sachen die wirklich lange Zeit brauchen. Wohingegen der Rest doch einigermaßen vorkommt. Ich meine, außer natürlich, ich weiß sofort wie der Stern geht, dann durchmachen Stern. Schauen wir erstmal was hier wieder steht. KI-Staatsbürgerschaft. Sobald eine echte künstliche Gerinze erschaffen wird, wird früher oder später die Frage der Staatsbürgerschaft gestellt werden. Mhm. Bei Fähigkeiten des menschlichen Gehirns sollte sie dann nicht auch als Staatsbürger sein. Ist sie nicht im juristischen Sinne des Wortes eine Person? Ja, sehr philosophisch. Kann man sich kaum vorstellen, wenn ein Roboter hier juristische Person ist und es plötzlich Mord ist, wenn man ihn erschlägt oder so. Ach, keine Ahnung. Das steht jetzt nicht hier drin, hier steht was über intelligente Papageienarten, aber mir wurde der Text zu langweilig. Ähm. Hier könnt ihr ja pausieren und es durchlesen. Ja, schwierige philosophische Fragen zu Intelligenz und was das bedeutet, Mensch zu sein. E.L. Erweiterte Lebensdauer. Eine bahnbrechende Initiative, in der sieben führende Universitäten versuchen, den stabilsten und langlebigsten Superkühler der Welt zu erschaffen. Mit seiner maßgeschneiderten Hardwarebombensicherem Gehäuse und nahezu unendlichen hydroelektrischen Energiequellen stellt E.L. einen einzigartigen Schritt vorwärts in der Entwicklung der menschlichen Technologie dar. Aha. Okay. Ja, sind wir das jetzt hier? Der länglebigste Supercomputer der Welt? Das könnte ja schon möglich sein. Ähm. Athene. Du musst über das Rätsel nachdenken, sagt die Sphinx. Und mir sagen, welches Rätsel ich dir nicht offenbart habe. Die Sphinx lächelte. Die Zahnräder in ihrem Kiefer ächzten. Ihre Zähne waren ein Albtraum aus Ost. Ist die Sphinx ein Roboter? Ich glaube, sagte sie schließlich, dass das Rätsel, das du mir nicht gezeigt hast, folgendes ist. Warum gibt es diese Rätsel überhaupt? Warum verhalten sich diese seltsamen Automaten, diese stummen Kinder des Hephaestos und so? Warum zwingen sie mich, diese komplizierten Lösungen zu finden? Das alles ist ein Rätsel, aber das größere Rätsel ist ihr Zweck. Die Sphinx antwortete nicht. Ihr Auge war nun leblos. Athene nahm es aus seinem Sockel, wohl wissend, dass seine Macht ihr dienen würde. Aber der Tod, diese angsteinflüssende Kreatur, bereitete ihr gleichzeitig große Trauer. Ach ja, das kann man wieder alles auf unser Spiel hier beziehen. Die Frage ist, warum lösen wir eigentlich diese Rätsel? Warum? Wir sind eine künstliche Intelligenz. Haben wir nichts besseres zu tun, als Rätsel zu lösen? Hat das einen Zweck? Je mehr ich mit diesen Terminals interagiere, desto mehr frage ich mich, was ihre Rolle in dieser Welt ist. Wie kann man Freund und Feind unterscheiden, wenn es keine Unterschiede zwischen den beiden zu geben scheint? Cheap. Okay. Ähm, ja, auch eine gute Frage. Aber Freund und Feind definiert sich meistens danach, wer dir schadet und wer dir hilft. Dinge, die man mit Kisten machen kann. Teil 1. Teil 1 habe ich dazu gelegt. Aber warum ist nicht eigentlich so schlechtes Wetter? Okay, haben wir eine Kiste. Leertaste zum Ziel springen. Huch. Okay. Hexaeder nehmen. Ich kann die also stapeln, oder wie? Ich kann die auf Buttons legen. Das war ja der Klassiker wirklich. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, die Performance ist schlechter als sonst. Als vorher. Kann ich das auf die Dinger werfen? Ich wollte versuchen, ob ich auf die Kiste springen kann und mich dann nicht sehen. Aber das ist Blödsinn. Die sind ja sogar nach oben. Aber man muss es ja mal ausprobiert haben. Am Ende entgeht einem so eine wichtige Mechanik, wenn man es nicht ausprobiert. Gut. Dann haben wir also zwei Kisten hier. Ich schaff die jetzt einfach mal da rein. Und guck mich hier noch ein bisschen um. Eine Statue. Krams. Ja, sonst ist hier nichts. Ja, das rockelt doch das Spiel. Aber das ist nervig. Warum rockelt das Spiel? Okay, also die zwei kommen da schon ziemlich perfekt. Ich nehme an, wenn ich hier jetzt rausgehen geht auch wieder nicht. Und ich nehme an, ich kann auch nicht. Das muss ich schnell ausprobieren. Ähm, durch die Wand. Ach, ne. Geht nicht. Da kann ich nicht. Da kann ich nicht hinspringen. Okay, jetzt das eine Kiste muss auf jeden Fall hier bleiben. Ich krieg jetzt irgendwie hier über die Mauer. Hm, na hier nicht. Was ist hier irgendwo anders? Okay. Ah, ich habe einen Plan. Ja, ja, ich habe einen Plan. Das Problem ist, sage ich nur, dass die beiden hier absolut perfekt synchron durchfahren. Das Ziel wäre also, einen von beiden zu blockieren. kindProgramm bla 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 bla. Endete hier. Arbeitsspeicherprüfung. Nicht bestanden, letzter Speicherausstück. Ich versuche es, wieder, wieder. Verstehe nicht. Ich bin unzureichend. Woll. Und, äh, wunderbar blockiert. Und damit können wir hier durch. Damit können wir uns das Teil schnappen. Öhh... Oh, hier noch mal ein Kistchen. Komm mit mir, mein Sohn. Ich verstehe nicht, warum der Gestalter solche Fehler in die Welt gesetzt hat. Das ist fast scheinend, als wäre sie beschädigt. Aber ich muss glauben, dass es einen Sinn gibt, den ich nicht verstehe. Oh, warum ruft mich denn jetzt jemand an? So, das war ein kurzer Cut, weil ich angerufen wurde. Es wird schön hell hier geworden. Der Regen hat aufgehört, das Gelüter. Ah, da haben wir einen Stern. Wenn der Gestalter unfähbar ist und er mich für einen bestimmten Zweck erschaffen hat, dann muss ich diesem Zweck gewachsen sein. Daraus folgt, dass ich nicht jedes Siegel in diesem Bereich finden und horden muss. Denn mit den mir von ihm gegebenen Fähigkeiten sind so viele von ihnen für mich nicht erreichbar. Sagt er so, von wegen? Manche davon sind erreichbar. Okay, ich brauche eine zweite Kiste, dann komme ich da drüber. Locker, easy, kein Problem. Das ist ein Stern, der wirkt sehr erreichbar. Wo ist dieses Tor? Wo ist dieses Tor genau? Ah. Ich brauche einen roten Laser. Vielleicht ist er doch nicht so erreichbar. Okay, ich habe gesagt, ich mache die Sterne erstmal nicht. Darum halte ich mich da dran und gebe mich zufrieden mit den Teilen, die ich gefunden habe. Hier gibt es ein rotes, das haben wir noch nicht. Die gehen da wieder schön der Schwierigkeitsstufe nach. In grün, grün, grün. Das sind alle deine Teile. Über den Zaun steigen. Blauer Laser bedötigt, um dieses Ding zu öffnen. Blauer Laser befindet sich hier und wird über den Zaun geleitet. Ich nehme den Connector mal kurz. Ah, den kann ich dann wieder draufstellen. Alles klar. Was gibt es sonst noch so in dieser Welt? Also wenn ich die Kiste hier drüben hinstelle, ja, das sollte gehen. Ich nehme mal den Connector weg. Und die Kiste muss hier hin. Ich glaube, die Spielperformance ist gar nicht so geil. Das tut mir echt leid. Ich habe jetzt einen passenden Rechner, um das hier aufzunehmen. Letztes Mal ging das doch eigentlich ganz gut. Vielleicht, weil es heute so warm ist. Ob der Lüfter noch mehr arbeiten muss. Naja. Hier gibt es ein neues Teil. Du weißt, dass du die Strahlen nicht kreuzen sollst. Da hätten wir das Ziel. Es braucht blaue Energie. Und da hinten gibt es blaue Energie. Um an die blaue Energie ranzukommen, müssen wir hier rote Energie reinschießen. Okay, das macht Sinn. Das ist nicht so schwer. Das und das. Wir verbinden. Dadurch komme ich an die Kiste ran. Und die Kiste stellen wir dann da hin. Den Connector. Mit dem Ding da oben drauf. Easy. Das war jetzt wirklich kein Problem. Dann haben wir hier noch eins. Ein kleiner Sommer. Ich glaube, etwas stimmt nicht. Wenn du gesehen hättest, was ich am Rand der Welt sah, würdest du dich wundern, warum nicht alles aus sämtlichen Nähten aufgeht und platzt. Ist das ein Hinweis, der sich zum Rand der Welt gehen soll? Okay, da fliegt ein netter, freundlicher Blaubot. Der tut mir nicht weh. Der ist kaputt. Oder so. Die Connector habe ich mir gerade weggestellt. Hier hinten war nichts mehr. Hier ist rote Energie. Rote Energie. Die da hin muss. Okay. So. Ah ja. Verstehe das Problem. Äh, Kiste. Hey, gerade war es offen, oder? So geht's auf jeden Fall auch. Warum geht's denn hier in der Leiter? Ich kann auch leider nicht die Leitern hoch und oben auf der Mauer stehen bleiben. Das funktioniert nicht. So, waren das schon alle Puzzleteile bis auf das rote? Ja, dann nehmen wir das rote. Zwei Sterne gibt's hier. Freundliches Kreuzfeuer. Okay. Also, da wird ja schon mal massig geballert. Aus allen Rohren. Hier drüben haben wir einen Jammer. Boah, ist das dunkel hier. Deswegen ist das Level rot. Ich kann einfach nichts erkennen, weil es so dunkel ist. Hm, dann. Können wir hier hinten vorbei? Ich glaube nicht. Das rückt so, als würde ich das komplett abdecken. Wenn ich aber den letzten ausschalte, müsste ich dann da vorbeiaufen können. Oder? Ich probier's mal aus. Das hat funktioniert. Allerdings gibt's hier hinten nix. Ah, da vorne ist ne Kiste. Okay, also an die Kiste möchte ich ran. Und um an die Kiste anzukommen, muss ich allerdings noch zwei Dinge jammen. Ähm. Ich mein, ich kann das jetzt mal ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass ich da jetzt reinlaufen kann und mir die Kiste hole. Ne. Ne. Jetzt hab ich mir das gedacht. Das muss man ja mal ausprobieren. So, und zwar sind da zwei Dinger draufgerichtet. Also eigentlich bräuchte ich noch irgendein Hilfsmittel. Boah, blitz, blitz. So, und es gibt aber jetzt hier keine zweiten Teile. Weil wenn ich die Kiste loswerde, kann der Roboter da durch und den, 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 das Maschinengewerd da oben zerstören. Ah, das ist schon der Durchgang. Das ist schon der Ausgang. Ich kann ja mal das hier stören. Ah, da kommt noch einer. Ja. Okay, der wird vielleicht, ja, den dazu. Okay, alles klar. Jetzt haben wir das. Hätte gleich am Anfang mal die Türen stören sollen. Okay. Jetzt ist hier alles gestört. Jetzt kann man eigentlich schon zum Ziel durch. Aber Vielleicht gibt's da hinten noch was. Da möchte ich mir gerade noch mal ganz kurz was anschauen. Ah. Das war jetzt eher ein leichter Stern. Okay. Okay. Oh, da komme ich gar nicht vorbei. Oh nein, stand jetzt der Level ganz wie vorn. Ähm. Ja, das war jetzt ein bisschen doof. Aber den Stern hab ich noch, oder? Äh, hoch. Ach so. Ach, da ist ein Button. Jetzt seh ich's. Sehr gut. War nicht so schwer. Dann können wir von hier verschwinden. Hinten gibt's auch nichts mehr. Alles klar. Dann nichts wie raus. Und dann gehen wir in die Sechs direkt. Oh, jede Menge Rote. Oh la la, die Waldfäden. Okay. Vor langer Zeit habe ich diese Welpen entsprechend dem Zweck der verborgenen Worte erschaffen. So haben alle Dinge einen Sinn, wo vorher nur Chaos herrschte. Wisse dies und zweifle nicht. Alle Dinge haben einen Sinn. Okay. Was ist der Sinn dieser Säule? Warum steht sie hier? Was tut sie? Was trägt sie? Sie trägt nichts. Ah, ihr Sinn ist dekorativ. Alles klar. Hab ich verstanden. Achtung, Sie haben eine Antwort auf Ihr Support-Ticket erhalten. Antwort anzeigen. Ja. Inhalt ARK. Ihre Anfrage könnte nicht bearbeitet werden. Wir bitten hierfür um Entschuldigung. Haben Sie das Standard-Fehlerbehebungsverfahren gefolgt? Löschen Sie das bereits vorhandene Benutzerkonto. Okay. Stellen Sie ein neues Administratorkonto. E-Mail an den Netzwerkadministrator. Okay. Neues Administratorkonto. Um unberechtigten Zugriff auf Admin-Funktionen zu vermeiden, können nur Personen neue Administratorkonten erstellen. Ach, können nur Personen neue Administratorkonten erstellen. Das System wird nun Fehler. Benutzer hat kein registriertes Konto. Aber Zertifikationsdaten wurden bereits erstellt. Möchten Sie den Zertifikationsprozess erneut beginnen, um ein besseres Ergebnis zu erzielen? Na gut. Was? Wie? Ich darf nicht? Frech. Hey, lol E-Mail. Seitdem wir in die neuen Räumlichkeiten umgezogen sind, habe ich so ein komisches Gefühl. Nein, nicht so. Es ist nur, ich habe das Gefühl, ich könnte ständig plötzlich anfangen zu lachen. Das ist wahrscheinlich Schock, oder? Eine Unfähigkeit, mit der Realität umzugehen. Sagt J.E. Harrison an Nomi 77? Oder vielleicht ist es auch einfach nur, dass wir an diesem verrückten Ort mit dieser verrückten Technologie an diesem verrückten Projekt arbeiten und ich mich langsam wie ein richtiger verrückter Wissenschaftler fühle. Fürchtet euch Sterbliche, wir werden Leben erschaffen. Mit der Macht der Wissenschaft. Ich habe Alex davon erzählt und sie hat mir eine Spielzeugbrille mitgebracht. Ohne Brille kannst du kein verrückter Wissenschaftler sein, hat sie dazu gesagt. Sogar Ian Merkem hatte eine Brille. Und ich habe auf EL gezeigt und gesagt, das Leben, hmm, findet immer ein. Vielleicht musste man dabei sein. Was? Alle E-Mails von dieser Adresse gelten als vertraulich. Teilen oder weiterleiten ohne Genehmigung kann strafrechtlich durch den erzeugten Geist Jeff Goldblings verfolgt werden. Oh Mann, was für ein Vogel. Chatbots hat er. Ich hätte es vorlesen sollen. Das ist eigentlich jetzt lustig. Aber das habe ich jetzt mal im Stillen gelesen. Citro. Uff, das ist mühsam. Das ist wieder so philosophisch. Naja, egal. Das interessiert mich nicht. Das hat für mich keine relevanten Information. Da geht es zum einzigen grünen Puzzle dieser Welt. Also schnappen wir uns das. Mobiles Minenfeld. Okay, also es geht hier los. Ich habe keine Scanner, keine Jammer, keine nichts. Deswegen muss ich hier einfach durchschlippen. Ich brauche einen Schlüssel hier. An dem lakere ich einfach vorbei. Kein Schlüssel hier hinten. Kein Schlüssel hier drüben. Ah, verdammt. Oh, Beinahe wäre ich hier getötet worden. Ich möchte den einen auf jeden Fall hier rüberlocken. Ich weiß noch nicht warum, aber dann habe ich das im Weg. Ah, das ist der Schlüssel. Okay. Und dann möchte ich hier aufschließen. Und unser gerät da oben jammen. Und vielleicht war es das schon. Nein, war es nicht. Das müsste das hier deaktiviert haben. Korrekt. Dann war es das jetzt. Genau, und dahinten geht irgendwo ein Zaun auf und ich gehe hier raus. Gut, dann gib mir ein schweres. Schwerenteile brauche ich ja gar nicht. schwerenteile brauche ich ja gar nicht. Ich gehe das jetzt. Ich gehe die